Wir haben in unserem Leben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass das, was wir vor Jahren an Vision von Gott bekommen haben, heute in Existenz gekommen ist. Dinge, die wir vor Jahren gebetet haben, sind heute sichtbar geworden vor unseren Augen. Wenn du in deinem Leben jetzt an einem Punkt vielleicht bist, wo du sagst, ja, ich habe eine Vision. Ja, ich weiß auch um meine Bestimmung. Ja, ich will auch im Reich Gottes arbeiten. Ich will etwas tun für den Herrn. Aber das, was ich sehe, ist, es entwickelt sich so wenig. Es sind nur so kleine Schritte. Es ist nicht wirklich, dass ich merke, es geht richtig voran. Da möchte ich dir sagen, bleib dran. Bete weiter. Wir haben ganz oft unsere Anliegen vor Gott ausgebreitet, um diese Vision, die er uns gegeben hatte, wirklich hervorzubringen. Viele Frauen und Männer Gottes haben eine Vision von Gott bekommen. Und das, was ich immer wieder in ihrem Leben sehe, das ist, dass sie vielleicht manchmal nur über eine längere Zeit diese eine Vision hatten. Aber sie sind drangeblieben. Sie haben gebetet. Sie haben darum gerungen, dass diese Vision zustande kommt. Vielleicht haben sie einen hohen Preis dafür bezahlt. Aber sie sind drangeblieben an Gott. Und Gott hat gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. So wird er alles hinzufügen. Und das habe ich in unserem Leben so gesehen und auch bei vielen Männern und Frauen Gottes. Und das ist das, was ich dir auch sagen möchte. Bleib dran, denn er hat Zukunft und Hoffnung für dich, dass du deine Bestimmung erfüllen wirst. Gott ist mit dabei, diese Bestimmung Step by Step hervorzubringen. Ich will dir ein ganz kleines Beispiel aus unserem Dienst erzählen. Als wir vor Jahren umgezogen sind in ein Haus und haben das Haus renoviert, hatten wir wirklich Bedenken, ob wir eine Internetverbindung haben werden, die schnell genug ist, damit der Dienst von Gottes Haus auch sich platzieren kann, damit wir diesen Dienst auch wirklich hervorbringen können. Und am Anfang sah es wirklich nicht gut aus. Und wir hatten gedacht, wir müssten vielleicht uns Zusatzgeräte noch besorgen, damit wir diese ganzen Dinge, die wir über das Internet ausstrahlen wollten, damit wir sie wirklich bearbeiten können. Aber ein Techniker fand in einem Nebenraum ein kleines Kästchen. Das war vor Jahren installiert worden gegen den Willen des Hausbesitzers. Und es war eine Kabelverbindung, die uns garantierte, dass wir einen superschnellen Internetzugang haben würden. Und es war auch wirklich so. Und daran haben wir gesehen, dass Gott Dinge der Vergangenheit, in der Vergangenheit schon so hergestellt hatte, so eingerichtet hatte, so vorgesehen hatte, dass wir heute in unserem Dienst sie genießen konnten. Wir haben manchmal gedacht, oh, es ist so klein, es ist so zäh, es geht nicht wirklich in großen Schritten voran. Aber wenn wir zurückschauen, sehen wir, wie Gott seinen Segen schon vorbereitet hatte. Wenn du vielleicht dir Zeit nimmst, einen Moment und zurückschaust auf die Dinge, auf die Schritte, die du schon gegangen bist in der Vision Gottes, in der Bestimmung deines Lebens, dann wirst du vielleicht Ähnliches feststellen, dass Gott Dinge schon vorbereitet hatte, damit du heute diesen Dienst, diese Bestimmung schon leben kannst, schon darin arbeiten kannst, schon darin unterwegs bist. Und das andere wird Gott immer weiter dazufügen. Gott ist mit dabei, deine Bestimmung hervorzubringen. Und die Zeit wird ausreichen, dass du deine Bestimmung erfüllen wirst in ihm. Ich weiß, Gott hat mehr für dich.